Hey you guys, willkommen zu Grand Theft Auto 5. Mein Name ist der Rockstar, das ist Trevor und mit seinen Kühen. Trevor und mit seinen Kühen, ja. Das wäre doch mal eine geile Sitcom. Trevor und mit seinen Kühen. Verdammt. So, wir haben nicht mehr viel auf der Karte, was wir erledigen könnten. Wir haben ja die Randale das letzte Mal gemacht mit den Militärboys. Und ja, jetzt heute scheint es so, als ob wir ein bisschen Hauptmission machen werden. Das wollten wir das letzte Mal ja machen schon, aber irgendwie hat dann die Zeit nicht mehr ausgereicht. Egal, wir machen das heute und schauen, ob wir den perfekten Heist machen können. Naja, der perfekte Heist, der wird irgendwann später kommen, aber wir können uns darauf vorbereiten. Jede Menge Spielerfahrung sammeln. Ähm, ja. Nicht, dass ich sie nicht hätte, aber jede Spielerfahrung ist eine gute Erfahrung, auch wenn sie erstmal schlecht erscheint. Habe ich so gehört. Naja. Egal. Dann, ach ja, Lester hätten wir auch noch am Start, sehe ich gerade auf der Karte. Ein Attentat. Aber wo? Bin ich blind? Ich bin blind. Ja, das machen wir später. Das machen wir definitiv in der nächsten Folge oder in dieser noch, je nachdem, wie lange wir jetzt mit der anderen Folge zu tun haben. Das ist ja wieder das FBI oder F-I-E-B, exakt. So, mal schauen, was der sehr gute Steve war. Oh, Steve, oh, Stevie, Stevie, von uns haben möchte. Bestimmt irgendeine Scheiße, die er gebaut hat, verzapft hat und wir müssen natürlich alles wieder ausbeugeln. Natürlich. Wer hätte es gedacht? Man, Trevor, Trevor ist heute nicht in Stimmung. Sehe ich gerade. Der kann nicht fahren heute. Trevor, was ist das los mit dir? Hast du zu wenig getrunken oder zu viel gekokst? Okay, zu viel gibt es nicht, aber zu wenig Mef geraucht wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ähm, ja. Ach ja, das war ja das Mef-Labor. Hey, Chefkoch, ich bin zu Hause. Ah, ich weiß, was kommt. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ich glaube es. Weil das ist der perfekte Bunker von Trevor. Trevor Phillips Industries. Oh, nice place you got here. Oh, yeah, es ist easy to mock, nicht wahr? Cheap und fucking easy. Aber, uh, das, das hier ist mein Platz. Und mein Werk, für mein Platz. Okay, relax, ich war einfach so sarcastisch. Ja, well, nicht, okay? Weil das Welt nicht mehr braucht sarcastisch. Es ist die Blight der Zeit. Ich verstehe das Punkt. Du, du nicht verstehe das Punkt. Du bist wie alle anderen Scheiße. Du hast ein bisschen Geld gemacht und du bist ein Turd. Ich habe eine Nachfrage für dich. Ich war immer ein Turd. Nein! Du warst, Mann. Du warst etwas. Aber jetzt, Mann, du bist das Platz. Du bist ein Schell. Geh, du dich selbst. Du bist ein Kind, ein Kind, ein Moral-Justifierbarer Typ. Was, weil du bist total psychotisch? Somehow, es ist okay? Ich bin ehrlich, okay? Du bist ein Schell. Oh, ja, du bist ein Schell. So far above all. Oh, ja? Well, ich bin nicht überrascht, rißen deine Schell zu sehen, was hat dein Herz geplantiert. Rißen sie öffnen! Versehen, was ist da, Baby, weil ich bereit bin. Hallo? Oh, ho, ho, ladies, ladies, what's up? Fuck off! Listen. Ich bin sorry, aber wir haben ein Problem. Das Gericht, wir brauchen Sie, äh, investigatet, ein Forschungslager im Land. Es geht um Terrorismus, das große, Nerve Gas, Biologische Terror. Danke, Gott, ich nicht bezahlen. Listen, du brauchst etwas ziemlich standardes Wettbewerbs. Ein Boot, Tandem-Rotor-Heavy-Left-Helicopter, Truck, Weapons. Du musst alles auswählen. Chopper alone, ich werde dir zurück, ein paar Millen. Oh, no worries, Trevor, er hat sich einfach viel Geld gemacht. Ist das Sarkasm? Oh, du bist gar nicht richtig, Sarkasm. Du f***. A paar Wochen vorhin, ich bin glücklich ausgesucht, schlussend bei meinem swimming pool. Mein psychotisch best Freund kam aus dem Niveau zu torture mich über die Fehler ich gemacht habe, die Fehler ich gemacht habe, die Fehler ich gemacht habe, über eine decade ago. Wir, unser kleine Posse, sind Sie, oder flatt, f***ig, f***ig. Aber hey, wir gehen und spenden 2 Millionen auf einem Tandem-Rotor-F***ig-Chopper, so ich kann spüren Nerve-Gas von f***ig-Terroristen. Forgive me, you ignorant f***, but Sarkasm is all I f***ig got. Sarkasm in a room full of you cunts. Yes! Woo! Welcome back, man. It is the old you. Yeah, yeah, yeah. Well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now, remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye, bye. Ah, Jesus. F***ig Christ. Alright, I'll give Lester a f***ing call. He said he knew about something. Now, you tell him, we're driving towards Polito Bay. Get in the car. Okay, okay. Ähm, Michael, du musst natürlich sehr an deinen Wut ausbrüchen. Naja. Du musst daran arbeiten. Michael. Weil, ansonsten, sind wir nur noch psychopathische Wichser, die jeden psychopathischen Wichser in der Stadt umnieten. Und das wollen wir ja nicht, oder etwa doch? Hm, ich hab vergessen, was wir wollten, was nicht. Naja, egal. Wir geben die nach Palato Bay. Natürlich. Ey, Lester, Lester, Schwester. Lester, Schwester. Was denn jetzt? Wir haben ein Fundingproblem. Also, wir brauchen ein Job. Vor der Juwel-Store, du sprachst um ein Score, eine Bank, in den Sticks. Ich brauche dich zu treffen uns da. Polito Bay, richtig? Das ist der. Ich gehe auf dem Bus. Oh, mein Gott. Ich weiß, was Gott. Also, ich weiß, was Gott. mit uns da. Don't start. Ich will? No way. Good call. If you're taking down a bank for a few million, the first thing you do is call the hospital tell them to get your guy in a wheelchair. Oh, this Hase-Seaf Bank, you're gonna be carrying that kind of change? Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. Oh, yeah. People always try to label you. You know? Maniac, psycho, friend, industry leader. In some ways you defy categorization. But then, what? Think about it. Where you live? Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right. But why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No, no, no. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, well, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys, the niche drugs, the everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I abhor hipsters. I eat them for fun. Ha ha. Hipsters love saying they hate hipsters. What I really fucking do. Self-hatred. Common hipster affliction. Why? Because I'm living out here away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Soon, the skinny jeans will show up. Then the skinny lattes. And then the bankers. And you'll be somewhere else starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster. But you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto-hipster. Ha ha. I don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. You're talking bullshit. You're trying to wind me up. But I'm very, very angry. And I want this conversation to stop right away. Hipster. Fuck you. Fuck you, Michael. Say it again. That made my point. I'm not a sadist. Du, mein Freund, bist ein proto-hipster. Oh man, alter. Alright. How long does it take us to get out here from L.S.? Naja, lange. Als Lester Schwester Crest. Verdammt. Come on man, knock it off. What? I'm gonna break your fucking fingers you don't knock that shit off. Well, please, alright, you'd alleviate the boredom. Ah, finally. Hey, hey. Hey. Welcome to paradise. Come on, cars this way. Try out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Okay, let's take a look at this bank. Then, let's take a look at this bank. Auf, auf, zur bank. If the paper works correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. Ja, sollten wir. Lester, ich hoffe, du hast einen Plan. fahr auf das Grundstück. Nee, Mann, okay, das, das, das könnte ich schaffen. No one should pay attention to us back there. I like it. The place is remote. It's got the right amount of foot traffic. This'll do. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. We're gonna have to find a new score. No, 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 uh-uh, no, this is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm to see what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, alright? Shoot the sucker. Okay, okay. Dann lösen wir jetzt eben den Alarm aus. Beobachter alles von der Tankstelle aus. Okay, okay. They've dispatched four cars in 60 seconds, and more on standby, and it isn't even 30 victor of shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Palito's security. Any updates on the Code 30 Atom? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. Hmm. That could also be possible. What is that? A 67 second response time? Yeah, four cars, more in the wings. Bad cops, garden dirty money, fuck how many, we can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Polito Radio, this is Polito Car 3. We have a Code 12, false alarm, possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still faster than your ass! I'm not gonna outrun a cop, we've gotta go! We're going! And if we're in front of Trevor, he'll be the one running from the cops. Okay, okay. That's the Trevor Phillips land here, there's no one. Eh, you can also switch to Trevor, thank you. Make a run with Michael to Trevors' room. Michael, then let's go! Und Trevor ist natürlich wieder ein durchgeknallter Bastardo! So. Dann fangen wir mal dieses vorzügliche Rennen hier. Wie auch immer Trevor sich das vorstellt. Ähm, ja, Trevor? Okay, Trevor. Okay, Trevor. So, hier hoch am besten. Und dann nochmal hier hoch und zack, sind wir wieder auf der richtigen Spur. Da ist Michael hinter uns. Versucht uns einzuholen, aber nicht mit uns. Wir fahren diese Abkürzung. Auf mich, dass das eine Abkürzung ist. Und natürlich ist das das. Mit sehr viel Wild. Die Wildabkürzung. What the fuck? Was ist hier los? Haben sich die ganzen Wildtiere hier versammelt, oder was? Und runter durch den Tunnel. Schafft das wohl Trevor, oder wird Michael ihm dicht auf dem Fersen bleiben? Naja. Und, und hier. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Okay, wir sind am Arsch. Ich hab' echt keinen Bock hab' da jetzt. Komm' auch nicht mehr... Okay, wir können nicht mehr drüber wechseln. Sehr schön. Das war eindeutig einen Tick zu viel. Na komm schon, na komm schon, na komm schon! Wir müssen sie wieder einholen. Wogegen bist du gefahren, mein Freund? Wogegen bist du gefahren? Ah, wir holen sie locker flockig ein, hoffe ich. So, die Abkürzung hat uns jetzt mehr Zeit gekostet, als wir gewonnen hätten. Schon interessant. Naja. Die Pegassi, die ist auch nicht das geilste Motorrad. Wird Michael gewinnen oder schaffen wir das noch irgendwie, ich hoffe. Ich habe mich schon förmlich gegen die Mutterhaube crashen sehen. Okay, wir schaffen das nicht mehr. Eindeutig. Oder? Oh, das könnte knapp werden, aber ne. Wir haben zu weiten Vorsprung. Leider. Schade, schade, schade. Aber egal, Trevor wird sich knüsslich auflegen. zu unserer Belustigung. Natürlich. Schade, schade, schade. Was tut dir so lange? Was tut dir so lange? hm Set up a board over here oh Michael man your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine t. Huh? No, I'm the host man You know, I don't want to get hungry and moody right then you're gonna be making the wrong decisions Ich habe die Fehler gemacht, meine ganze Zeit. Das ist wie ich hier endete. Hier geht's. Bon Appetito! Jesus Christ, Trevor. Was ist das? Was ist mit dir? Das ist nur ein... ... was? Ein Eiland. Das ist wahrscheinlich nicht sogar human. Unless... ... das Gas Station job. Gentlemen, ein paar Plans für Ihre Aufmerksamkeit? Gut. Ich werde hier ein Minute langer als ich muss. So, ich denke, unser little experiment showed... ... dass die Reaktion wird zu schnell und zu stark zu schrauben. Das bedeutet, dass du die Fortschritten hast. Die Fortschritten? Die Fortschritten? Die Fortschritten. Die Fortschritten? Man... ... ich weiß nicht. Du bist bereit. Die Konvoi ist mit Militär-Grade-Hardware... ... passen hierher zu Fort Zancudo. Ich versuche, einen zu verabschieden... ... und benutzen die Geräte... ... für die Lokale. Ich kann dir die exakten Details des Bewerbs... ... als wir hier sind. Insofern, du wirst nicht außerhalb der Bank... ... für lange. Polito Bay ist... ... es ist eine Bay. Also, du bist eine Straße entfernt von der Wasser... ... woher Franklin kann warten in einem Boot... ... um dich raus zu kommen. Ich weiß, dass nichts davon ist ideal... ... aber es ist die einzige Art, die ich sehen... ... von der Bewerbung zu nehmen... ... und für deinen FIB-Paymasters. Gut. Wir brauchen Personnel? Nur ein Fortschritten. Sie werden mit den Fortschritten mit dir. Also, mein Tipp ist, wähle jemanden gut. Okay. Okay. Gustavo Motor. Daryl... ... Johnson. Johns. Ah. Ich denke an meinen Freundemann Chef, okay? Konsument Professional. Schütze? Okay. Gesundheit. Treffergenauigkeit. Feuerrate. Waffenauswahl. Mhm. So, wir vergleichen gerade ein bisschen was. Zwölf Prozent Anteiltreffergenauigkeit. Ja. Ein bisschen mehr Leben hat der aber. Wenn er drauf geht, geht er drauf, ne? Aber Chefkoch, der jetzt schon gut ist... ... das ist immer Chefkoch. Ja bin ich. Ja bin ich. Ich meine, es wird kalt sein, aber Mikasa-Sukasa. Ich werde ein Motel bekommen. Ja bin ich. Ja bin ich. Ja bin ich. Nix. Mein. Euer Roxa von CoreGamerProduction. Hey you guys. Hat es euch gefallen? Gut. Nun gibt es ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel eins. Das Video wird nicht geteilt. Regel zwei. Das Video wird nicht geteilt. Regel drei. Lass ein Däumchen da. Regel vier. Wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel fünf. Wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind CoreGamerProduction. CoreGamerProduction.